Mit Sicherheitstechnik mehr erreichen. Jeder Anwender erwartet eine sichere Maschine. Jeder Maschinenbauer ist vor der Herausforderung gestellt, eine Maschine sicher zu bekommen. Bei Schneider Electric haben wir mit den Sicherheitsrelais XPSU eine hervorragende Möglichkeit geschaffen, Sicherheitsfunktionen einfach zu gestalten und den Mehrwert, den die Sicherheitstechnik schon bringt, ganz einfach in Diagnosedaten umzuwandeln. Der Vorteil für den Anwender, er bekommt diese Diagnoseinformationen direkt in seine Steuerung übertragen. Und das sind bis zu 40 Zustände. Das heißt, wir wissen, dass ein Leitungsbruch existiert, dass ein Schütz verschweißt ist oder dass der Anwender noch die Startfunktion übertragen muss. Das Ganze wirklich mit jeder Steuerung kombinierbar. Und so habe ich eine Transparenz über den kompletten Zustand der Maschine. Darüber hinaus ermöglichen wir aber auch mit weniger Geräten viel mehr zu erreichen. Wie funktioniert das? Wir haben dazu entsprechende Drehschalter in der Front montiert. Mit denen kann ich ganz einfach zwischen den verschiedenen Sicherheitsfunktionen, wie einem Notaus, einem Magnetschalter oder einem Lichtrohrang wechseln. Das heißt, mit weniger Geräten kann ich einfach mehr erreichen. Und wenn Sie dazu Fragen haben, stehen wir Ihnen als Ansprechpartner natürlich gerne zur Verfügung. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020